Ich freue mich sehr, hier zu sein und bei dieser Gelegenheit möchte ich Frau Albrecht, also Monika Albrecht, danken für die Einladung, auch der Uni Fächter natürlich und auch die Uni gratulieren für die tolle Organisation. Ich bin zum ersten Mal bei einer internationalen Woche und ich finde das Ganze großartig. Also die ganze Veranstaltung sehe ich als ein Fest der Wissenschaft, ein Fest der Internationalisierung und der Vernetzung der Universitäten und das ist der Hauptpunkt und das ist eine Forderung der Zeit. Für uns ausländische Studenten eine Chance, die uns helfen kann, dass wir beide Sichten zwischen einer ausländischen Uni und der Uni Fächter kennen zu lernen. Auch eine wichtige Chance für mich, meine Heimat besser kennen zu lernen. Zum Beispiel müssen wir bei der Vorbereitung von Brownback Lunch immer denken, was interessieren die Deutschen für uns, also welche Aspekte sind nicht so üblich für Ausländer und welche Aspekte muss ich betonen. Und dann für interkulturelle Kommunikation sehr wichtig ist, wir sollen die Vorstellung von der anderen Kultur verstehen. Und das bedeutet, wir sollen miteinander kommunizieren und auch den Inhalt von anderen zu hören und auch verstehen.